so wäre das auch geschafft und weiter geht's rettet den kapitän kampf auf den turmspitzen sieht gefährlich aus ist es das auch wenn wir sehen okay interessant was will man dazu noch sagen außer dass ihr nicht mehr alle habt ja geil hier störten Finde ich toll. Nicht. Ah, Deckung. Könnte ich jetzt mal kaputt gehen? Das war mein Handy. Bam. Ah. Ist hier was? Nö. Knauze. Jetzt bin ich der Boss. Man macht das einen Spaß. Sehr witzig. Sieht man vor allem auch von hinten, ne? Weiter geht's. Oh, Carmack. Sehr toll. Könnt ihr mal runterkommen, ihr Vollpfosten. Ach so. Wie geil ist das denn? Langsam. Riss. Bam. Wochaha. Woch ist auch einer auf die Schnauze. Cool. Spiele. Münzen. Ist hier sonst noch irgendwie was? Mal schauen. Münzen. Sonst nichts. Ach so, ein Etappengame ist das. Ach so. Verstehe. Hier kann man chillen. Hier braucht man nichts zu machen. Außer sich einen Pilz zu kassieren und zu chillen. Was liest du denn das Schönes? Ich will da auch lesen. Mach mal an. Hier war's. Nö. Ksch, ksch. Los, geh weg. Vogelfiecher. Nee, ich mag Vögel. Nur diese Fette da nicht. Die mag ich nicht. Oh. Totti. Super. Ah, Hilfe. Geh weg, geh weg, geh weg. Aua. Konnte man das schaffen? Nein, konnte man nicht. Frechheit. Wenn ich jetzt keinen Treffer erleiden sollte, geht das Leben verloren auch als Treffer? Ich hab nämlich gerade keine Ahnung. Hier sieht man deine Kumpel. Nicht mich, deine Kumpels. Vollpfosten. Ja, äh... Hä, äh... Hä, wie kommt der denn da runter? Ja, nee, ist klar. Läuft bei euch. Jetzt haben wir schon irgendwie gestört, oder? Geh mal kurz ein bisschen weg vom Mikrofon, da ist schon wieder... ein One-Up, was da angeflogen kommt. Ähm... Ich komm nämlich gerade nicht höher irgendwie. Wie... Ich weiß nicht, warum. Hier ist auch blöd kalibriert. Warte mal, ich tu mal kurz das Mikrofon etwas weg. Sorry. Ah. Okay, das war's. Wie ihr seht, seht ihr nichts. Ich hab hier Brennholz rausgemacht. Wie? Aber wie krieg ich diese Spacken da? Ach, den will ich auch noch besiegen. Ach man. Jetzt aber. Geh doch. So. Ein bisschen gepennt. Naja, egal. Komm gleich. Totti. Hallöle. Komm, lass uns abhauen. Hier kommt gleich eh wieder diese komische Vogeltusse. Ich will mal gehen. Ganz zu spät. Hey, lass zu dati hier. Potti. Oh. Er geht tief. Was macht der denn? Hm. Fortsetzung folgt. What the fuck? Auch gut. 170 Münzen. Episode 3 ist not verfügbar. Ja. Wir müssen trotzdem haben jetzt eigentlich alle Kristalle hier. Ja, ne? Ja. Dann spielen wir erst mal einmal. Ich zeig euch, wo der Diamant ist. Oh ja. Wer hätt's gedacht. Hier unten ist er. Na. Ich hab die Leute übersehen. Blindfisch. Meine Schuld. Egal. Gut. Dann sehen wir uns gleich im dritten Buch. Wieder. Okay. Und weiter geht's mit Episode 3. Was uns da erwartet. Hm. Mal schauen. Oh. Okay. Tod ist auf einer einsamen Insel gelandet. Hm. Nicht gut. Für den kleinen Tod. Noch ein Stern. Was macht denn der Stern hier? Okay. Mal schauen. Schon wieder der Vogel. Ach man. Nee. Tod hat's auch im Schlepptau. Frechheit. Du dummer Troller. Lass die hier. Hm. Captain Toad. Drei. Oder so. Ich hab schon wieder ein neues Spiel. Juhu. Das geht doch schnell. Wo bist du, Suzette? Walzen Inferno. Oh. 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 Achso. Okay. Boah. Das ist aber mies. Oh. Hm. Eine Kreuzung zu früh genommen. Äh. Wo muss ich denn überhaupt hin? Achso. Oh. Das war schlecht. Doch nicht. Oh. Glück gehabt. Da lang. Geld, Geld, Geld. Und. Oh. Äh. Doch richtig. Ähm. Ähm. Ey. Da ist was. Ah. Der erste... Das erste Juwel. Äh, lauf! Wie komme ich denn da dran? Hä? Wie soll man denn da dran kommen? So, und dann... Ach so, da rüber. Ich hätte aber erst gerne den Stern. So viel, nicht Stern. Und dann hier runter. So. Hä? Ähm... Ist auch so ein Viech. Ich denke, wir haben alles, oder? Ja. Gut. Machen wir noch ein Level. Katapultflug über den Magma-See. Oh. Äh. Joa. Oh. Sie hat die schon durch die Gegend katapultiert. Da sage ich jetzt mal nichts zu. Joa. Das ist das erste Juwel. Gut, und jetzt müssen wir hier hoch. Dann landen wir dann direkt aus dem Kopf, oder wie? Ja. Joa. Boom. Haha. So, und jetzt müssen wir... da lang. Dann. Mann. Was ist das für ein Scheiß? Das hier rein. Das hier rein. Das hier rein. So. Oh. Boom. So. Jetzt... Da lang. Jetzt gucken. Noch ein Juwel. Lame. Zwei Juwel übereinander. Da. Oh. Okay. Ein Pilz. Oh. Das ist gefährlich. So. Oh. Aufs Maul. Juppi. Boing. Mein Stern. Cooles Level. Kein Spike besiegt. Ah ja. Aber gut. Jetzt scheint eine Lava-Welt zu kommen. Finde ich interessant. Mal schauen, wie es weitergeht. Aber im nächsten Part. Ute.